ich baue scheiße mit meiner mutter okay das ist das ist ein guter video beginn ich finde bei der weg keinen raum immer wieder wenn du ihn findest ja ich hab ihn gefunden ja der raum konnte nicht getreten dank der raum konnte nicht getreten werden scheiß raum was macht der pill das war weg hier was wird für ein lila giftig aus der pilz machen benitöten gute frage ja bitte er kommt mir her vorsicht was ist denn da noch mal auf ich hab den blog länger in meiner sicht als ja ich ihn gefällt den dämonen ohne spaß über die inquisition in denen den dämonen austreiben nicht vertreiben kannst du auch dämonen vertreiben kannst du auch dämonen die zeit vertreiben kann es auch vertreiben wenn man die mona fuß aber da ist auch kein fair trade dämon auf wisch ja keine ahnung ich wollte auch mal so einen witz machen wenn man einen witz auf wisch bestellt der kommt so was bei raus so ich finde jetzt bei der weg da kein raum mehr könnt ihr jetzt bitte kurz warten ja natürlich ich gehe aus dem raum raus wenn marvin reinkommt dann bricht der ganze raum zusammen einfach wird man dich los krass ich finde halt wieder keinen raum wie scheiße ist der service eigentlich programmiert wenn du einen online ja erweitere dein spielerlebnis kann derzeit mal nach meinen möhren gucken in deinem gewürzgarten garten oder wo nee auf dem irrenhauser aber deswegen lag das weil du parallel auf dem minecraft server pornos runter legst ich bin nicht auf dem server alter ich habe mal wenn was hast du noch mal für eine internet leitung warum also eric hat gigabit ich habe 170 megabyte ich bin gerade erst in den raum reingekommen die verbindung wurde auch mag siehst du ja das war marvin wickler was leckt nicht mehr wenn marvin weg ist hä der kommt jetzt zurück vorhin noch gar nicht im raum warum ist das wort nicht geblacklistet weiß ich nicht äh pornos oder was pornos das wort pornos porno 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 pornografischer inhalt porno ist eigentlich geblacklistet das weiß ich also wie man sich selbst komplett aus dem leben nimmt warum ist erics chat jetzt voller pornos könnt ihr könnt ihr könnt ihr aufhören vielleicht eric fetisch porno was bruder da muss ich mir nur sein whatsapp profil wird angeht angucken ich habe neues jetzt na ja deswegen das bringt gar nichts ist nur ein propeller breller bitch drin ich habe noch fetisch pornos muss es mal geben reicht jetzt was es reicht jetzt könnt ihr bitte das hat sich sofort als untauglich für ein highlight video rausgestellt ne das schneide ich einfach alles raus wenn du highlight videos auf mich spüren oh gott wer ist wer ich bin luigi ja was ist passiert wer ist da wohl gerne ach mann du schnitzel alter was soll denn das ich bin kein schnitzel habe ich mit dir geredet das konnte man nicht mal nicht mal sehen alter nein warum ist er jetzt da sind hä der war auch vor nicht da oh mann oh mann wow oh gott nein vorsicht nehmen wir nicht sterben oh lol hey ich hab jetzt safe corona übel zu den hustenanfall wollen wir uns morgen treffen ja klar alter sind wir alle tot ja nein ich hab einen jackpot weil ich cool bin ne was lol der war echt richtig gut machen pfff benni ich möchte dich in den abgrund stoßen in den tiefstknappgrund den ich mir vorstellen boom ich brauche Hilfe ganz schnell ja ich komm ich komm ich komm ich komm okay boom boom wird von eistapfen getötet übrigens ne ja da bin ich wow ich bin einfach in ihm gespawnt an ihn getroffen mann what's fucking off nein du bist doch bescheuert oh oh corona mann stört einfach pfff pfff ein auf hehehe geil nein tschüss was ist falsch an österreich ach ipod das wirst du alles noch lernen wenn du groß bist wenn du zum ipod touch geworden bist das passiert einfach bei der bei der entjungferung passiert das einfach oh ein touch screen ach du scheiße und je nachdem wie lange er ist kann man auch ein ipod nano sein und wenn du so ein bisschen am schütteln bist dann hast du ein ipod shuffle ey was ist eigentlich heute los nix 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 apple keynote der virus verfreitete übrigens auch per call 10 von 10 wissenschaftlern proofen das ich habe auch über zoom heute virus gekriegt glaube ich auf meinen computer haha pfff ihr seid richtig gut das war doch nicht meine schuld das war ein ich wurde geworfen du hast den raum aufgemacht ohne deine verantwortung wäre das nie passiert in die richtung hier was ist das denn die müssen wir töten ja aber was will das viel macht das mal danach ist voll der kranke bereich wenn die frau oben ist erdruck alter wie nennst du das was davor kommt er play oder was ist dein gefühl bei diesem call ich fühle mich hier direkt heimestarki mit mit zwei vollidioten sein die pille danach airpods und das neuste das neuste iphone modell heißt ein iphone wix r den stream solltest du auch sofort von tüchtern auf sowas kommt auch nur ben hier kommt es gibt nur zwei geschlechter nein ist deine frau ein apfel jeder der jetzt in den chat kommt wird auf sich denken warum ich weiß warum weißt du was das problem ist was soll das hier als ich weiß aber wie man hier groß geht es weiter das ist ja spaßig du bist eine jetzt ist hier eine katzen wenn ihr da runter bäume jetzt ist hier ja in dem bereich war ich auch gerade aber ich war unten ich bin jetzt hier runter ich bin unten raus kommen jetzt einfach 1000 bäume aufeinander team trees alter der ganze garten das ist jetzt frech wo kommst du hin her also wir müssen ganz schnell weg wir drehen völlig am rad das ist der verrückte vom jahrplatz ja ich kann eh nicht gewinnen weil ich klein bin doch safe gibt es hier noch mal ein item drin nein scheiß als ob und ich glaube zurück kann man auch nicht mehr oder eigentlich doch hier zu pausa was in irgendeinem baum mit bestimmten item sein ja ja prüft man die bäume als ob wir jetzt man das ist das ist der halbe regenweil vom amazon der rest wird schon gerodet glaube ich das ist gesellschaftskritik geht bitte da raus warum ich war gerade drin da ist nichts mehr ich weiß dass da vorhin der pilz war ich fände es halt ganz cool wenn der miaußer hier mal weg gehen würde ja wir könnten diese scheiße vielleicht beenden wenn du mir ein pelt gibst dann geh doch zum ziel komm doch jetzt hab ich ja vor du bist doch scheiße hallo ich hab den level beendet er fängt kann ja aus radischen weichbrand version 2.0 wir haben auch gleich vor allem die feuer ausgelöst das wurde jetzt konzern von mir amotor